Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie auf MX5 Roadtrips vorbeischauen, einem Kanal, der den Bergpässen der Alpen gewidmet ist. Es gehört zur Eigenart von Bergpässen, dass sie je nach Jahreszeit und natürlich auch nach Tageszeit nach dem Sonnenstand einen ganz unterschiedlichen atmosphärischen Eindruck bei einem hinterlassen und die Richtung spielt auch eine Rolle. Ich versuche das in den Videos so zu machen, dass ich Aufnahmen aus verschiedenen Fahrten zusammenschneide, um diese Eindrücke wiederzugeben. Außerdem habe ich eine Anregung von GoPro aufgegriffen, die Geschwindigkeit zu variieren, wenn es also manchmal aussieht, als wenn wir durch die Alpen rasen, ist das nicht der Fall, sondern nur die Wiedergabegeschwindigkeit ist geändert, was hoffentlich den Videos ein bisschen mehr Spannung gibt. Sie sind wie immer mit mehreren Kameras und in 4K gedreht. Das Harentenjoch ist kein Geheimtipp der österreichischen Alpen, ganz im Gegenteil. Es ist eine der Lieblingsstrecken der Biker in Österreich und das Harentenjoch hat auch seinen Reiz, insbesondere durch die alten Holzleitplanken, die ihm einen herben Charme geben. Die Aufnahmen zu diesem Video sind zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten gemacht worden und ich hoffe, es gibt ein bisschen die Atmosphäre dieser Strecke wieder. Viel Spaß dabei! Kannst du enthüren? Ja Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020